Willkommen zurück zum VioWi-Rollentausch mit dem Amiga-Link Ja, ja, ja Ja, 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 und dem Old Gossack Ja, ja, ja Ich hab mal eben so den Amiga-Link ein bisschen Zeit gegeben, dass er ein paar Quests aufholen kann Aber nichtsdestotrotz, wir verziehen uns in den Nexus Aua Ja, allein schon bei den Gedanken kriegt er Schaden Ja, nee Ich bin weg Follow me Ich bin gerade eine Rennung Was? Du reitest ins Licht? Ja Ich hab ja Gicht Du bist einfach nicht mehr ganz dicht, das war's aber auch schon Sowieso Ja, jetzt ist aber gleich Schicht hier Hey Kollege, vorsichtig Ganz dünnes Glatteis Ich wollte heute nicht ausrutschen Ich riss ein Lolli Yeah Ach Mann Frau Blöden Aschloch blödes Dummsau Wo ist mein Mauszeiger? Da Mauszeiger werden überbewertet, braucht doch keiner heutzutage Ich bin Clicker, ich brauch einen Mauszeiger Queste brauchen wir nicht annehmen, ne? Wie kannst du nur ein Clicker sein? So kann man doch gar nicht spielen Raus aus der Gruppe, du Kackbohn Ja, komm schon Mal holen Mh Besser, lass doch liegen hier an Ja, ja Port incoming Hey, super, Portmark! Nicht für dich Für die anderen Bei mir ist gerade was fehlgeschlagen Aber im Lüften ist okay Ja, erstmal warte ich hier sowieso auf den anderen Knüch Damit der klicken kann Ich klicke nicht Sagt der Klicker Kaltara entdeckt So, mach mal Hab ich Ja, ich auch Hier ist aber nix Kommt Jetzt Ich hab ne Suppe gekriegt So, rein ins Vergnügen Oh, der, ich geh raus Erstmal Questlockzug Erstmal hier, was war das? Flamme des Glaubens, ne? Erstmal orientieren, ach da allein Und Amiga-Link, mach dein Buff an für Xper Oh ja Seit ersten Minuten Stell mal um auf heroisch Haha, können wir eh nicht rein, nur keiner Ich hab ne Drachenphobie, ich geh wieder raus Stellen sich mal nicht so an, ja? Habt du mal so n Drachen Wie ich zu Hause Oh, ich woh... Hat sie das nicht gehört? Das hat sie gehört, sie sitzt da gegen... Ich wurde gerade eben für heute Abend aufs Sofa verbrannt. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, Questlog voll. Oh. Warum? Ja, weil mein Questlog immer voll ist, weil ich es nie entleere und so, weißt du? Du hast schon mehr Quests weggemacht als ich. Wie kann es so voll sein? Ich möchte nicht darüber reden. Was ist das? So. Wo seid ihr? Ja. Oh, ey. Braucht ne Brille, der Kollege. Ah, das wird lustig. Das wird toll. Erstmal ein fett Over-Year rein. Erstmal ein Schild geben dem Kollegen. Muss ich den umdrehen? Ich drehe einfach mal um. Ist immer ne Idee. Ey, er ist schon halb tot. Nein, noch nicht ganz. Wer ich? Achso. Nein, nein. Nein, du nicht. Ich bin der Heiler. Dann bist du nicht halb tot. Nee, du bist ganz tot. Bist schon verloren. Ja. Mach doch mal einer Schaden. Mach doch schon. Du machst keinen Schaden. Du machst keinen Schaden. Du hast ja eben deswegen gesagt, ja, halt hier den Schaden machen. Ich mach mal mit. Was ich keinen mache, habe ich eben gemerkt, habe ich eine Stunde auf so blöden Schwein eingeprügelt. Na gut, das geht mir aber auch ähnlich. Was, du hast die Stunde auf Mammut rumgeprügelt? Ja. Ich bin ein Mammut, kein Schwein. Das kommt noch, dass man auf Mammut einprügeln. Links. Bist du die alle mitnehmen? Ja, rechts kommt aber einer. Ja, rechts ist aber egal. Okay. Jetzt kommt Hund und Dame. Was ist das da für eine Fähigkeit? Achso. Er sucht immer noch seinen Heal. Es ist aber auch kacke, ganz ehrlich. Würde mir mein Heal weggenommen werden. Wäre ich aber auch angepisst. Was ich daran nicht verstehe, ist, ich spiele ja hier eine Klasse, die... Die eigentlich heilen kann. ...heilen kann. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn ich jetzt ein Magier wäre, würde ich sagen, okay, es ist endlich wieder so, dass er nichts mehr kann. Aber... Hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, wir heilen können nichts. Hey Tank, ich hab Akro. Ich bin eingefroren. Ich komm doch schon. Und der D macht keinen Schaden. Ich will deine Klasse fahren, ne, du Nase. Der steht da und hält sein Handy in Luft. Ich hab... Ja, ich hab den übernommen. Wer? Ja, da seh ich nichts von. Ich werde gesilenced. Wüsste? Ich war eben eingefroren. Dagegen gibt's bestimmt was von Ratioform. Gute Preise. Keine Besserung. Nein. Das war aber jetzt kurzzeitig knapp. Ich hab... Ne. Hat er mega hier rausgeklotzt. Mö, 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 mega hier! Ich hab alles, was ich hatte gezündigt. ist halt kacke, wenn da halt Silence was zwischendurch, ne? Jaja. Ich habe gerade zu Höhe gekriegt, äh, Radzufahren hilft sowieso nicht bei uns, weil das soll ja wohl nur bei Zwillingen helfen. Na, okay. Ihr seid zwar doppelt doof, ja, aber ihr seid deswegen immer noch keine Zwillinge. Richtig. Ich muss trinken. Oh, Gott. Oh, okay. Ich habe hier auch irgendwie ein Problem mit meiner, was ist denn das überhaupt für eine Energie? Schie? Schie? Da ist auf jeden Fall auch was verändert, ey. Ah, ja. Ach du Scheiße, hier war doch irgendwas. Ja, erstmal ganz langsam sagt der Einzelpool. Hier ist kein Boss zum Glück, weil wir spielen ja NHC. Scheiße, das ist ein Fernkämpfer. Dung gelaufen, verdammt ich. Musst du doch ranrollen. Hättest dich bestimmt irgendwie um Ecke hinstellen können oder sowas, dann wäre es zu dir hingekommen. In einem geraden Gang um die Ecke stellen ist etwas schwierig. Ach, so gerade ist der nicht. Da gibt es Winkel und so. Und Schleifer. Winkelschleifer. Winkelschleifer, ja. Er hat es endlich verstanden. Ach, halt die Klappe. Du bist ja kein Heimberger. Ne, muss ich auch nicht. Und? Von nach Hause. Das ist schon wieder ein Fernkämpfer. Komm so her, du Schau. Ich nehme den Fernkämpfer. Ich meine, wir könnten ja... Jetzt könnten wir um die Ecke gehen. Ach jetzt. Ja, laufen wir aus der Sichtfeld. Gute Idee. Ich gebe ihm Schild. Das war's. Oh, der hat gekickt. Was, du bist tot? So gut wie. Der Fernkämpfer ist da. Hat geklappt. Ich heil den Heiler mal ein bisschen. Hallo, das krieg ich selber hin. Bist du dir sicher? Ja, relativ. Du kannst nämlich gar nicht heilen. Nein? Nein. Natürlich kann ich dich heilen. Das ist aber scheiße, was dabei rumkommt. Ich heil mal den Heiler, der mich heilt, ne? Warum soll ich nicht hin? Du hast gesagt, du kannst das. Ohm. 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 Ohm ist schlecht. Tod. Okay, das ist noch schlechter. Rättspliss. Wart du das noch? Ich habe irgendwo eine Wiederbelegung. Ach, die haste. Ja. Okay. Bei wenigstens etwas. Ey, kommt was spätet. Hab ich dich jetzt gerade wiederbelebt? Ja. Nein. Das war er. Hä? Hä? Ich weiß, warum es auch so scheiße läuft. Wir hatten die Haustiere nicht draußen. Ah, das Starrad wird fliegen. Ich hole mal die Kiste raus. Ach ne, die verschwindet ja eh. Das ist mein Heel! Er hat sein Heel geschwindet. Ich hab nen Heel gefunden. Oh mein Gott. Jetzt wär best recht an das Sterben. Okay, dann äh, wo tun wir den mal hin, dass ich den wieder finde? An die Stelle von dem Alten hier. Als ob ich noch wüsste, wo der war. Der war doch ausgegrauter Button. Stimmt. Was ist das ausgegrautete? Hm. Ja, egal. Gut, dass ich gestorben bin, ne? Es gibt immer so tolle Offenbarungen. Ja, ist schön, wenn du auf Beleben klickst, weil du wiederbeleben willst und es ist dann doch eine Heilung. Das ist Wahnsinn. Ach. Wiederbeleben heißt tatsächlich Wiederbeleben. Ich seh's grad. Ah, okay. So, der bringt uns jetzt Glück hier. Ist der Heiler jetzt voll? Der Heiler ist voll. Der Heiler ist voll. Der Heiler ist voll. So, da war er bei der Gruppe war doch irgendwas. Nein. Da müssen wir doch den. Da war was. Ich weiß noch nicht mehr bei welcher. Der musste erst tot. Warte, ich kann auch irgendwas zu sehen hier. Ja. Was für 10? C10. Angeblich. Ich weiß es nicht mehr, aber hier war irgendwo einer. Das war eine ganz fiese Sau. Nein, das ist sehr, das ist sehr ruhig. Ja. Da steht der Boss nämlich genau in der Gruppe. Aber du solltest vielleicht doch mal um ne Ecke laufen mit nem Winkelschleifer. Ich geh langsam runter. Ja. Der kickt sowieso bis sonst wohin, der Sack. Ich bin tot. Was? Der Heiler ist ein Arsch. Der Heiler ist ein Arsch. Da kam hier der mit dem Bogen hier die ganze Zeit. Hat mich gedauerfeuert. Ja, meine Heilung bringt dann nicht viel. Ach, deswegen kam der nicht mit. Okay. Auch tot. Ich wunderte mich aber auch, dass ich meine Buße nicht benutzen kann. Tu Buße. Ja. Der XP-Buff ist weg. Der XP-Buff ist weg. Ja, ja, weil wir tot sind, weil wir die aktivieren. Ach, den kann man dann wieder aktivieren? Ah, tatsächlich. Hey, Rakete Silvester. Hey. Hey, hol den Sekt. Oh, Sekt. Ich trinke mit. Ich trinke mit. Mit Doppel-T. Hm. Fast in die Leiste ziehen. Also, ich zieh dir meine Leiste ein. Wo? Wir bleiben hier oben gleich erst mal stehen. Genau, bleibt mal da stehen. Ich komme gleich wieder. Tod. Er kam, sah und starb. Okay, die drei sind nicht mehr eingefroren. Ich werde den einen gleich mal übernehmen. Den Fernkepper. Wow. Kick mich komplett in die andere Richtung, du Sau. Wollen die nicht oder können die nicht? Okay, ich habe den Fernkepper. Nein, du musst den Heiler nehmen. Den Fernkepper übernehme ich. Ich wollte ja die Akku haben. Ach so. Ja, die brauchst du nicht, wenn ich dabei bin. Wenn ich den jetzt. Ich tue mal auf mich in den Gang zu kicken. Höh leint mir. ä. nichihihihihi. Ehh,chter ist kein Tod. Na ist er tot, nein ist er tot, er ist tot. dinge sind ja ich bin in der wand keine übernahme mehr das war es wissen tut sie sind gestorben warum wieso habe ich kein adalas ich übernehme denn noch mal ich habe ihn glaube ich hoffe ich niederung dir nichts ich kann den ja siehst du da so wie das problem warum kann ich mit dem hier nichts richtiges machen die wir auch die ganzen tätig ich stecke da drinnen vorsicht kollegen wenn du mich tötest richtig um zu den kann ich nicht töten ich kann mich doch gar nicht guck feuer macht der feuer dabei geht er los 321 jetzt dass der sofort auf die haut war doch klar er hat ich halte mich an meinem nicht heute schon also nur eine schöne und müssen wir mal ein an mann schild hat auch geklappt ja schlitz ich hätte mehr zu trinken kaufen müssen Schwitz. Was ist das da? Ach, ich hab ein Trinket. Ist halt auch so, ne? Wir spielen ja irgendwie nur alle paar Monate mal diese Charaktere, ne? Und da vergisst man halt immer so, was konnten die jetzt eigentlich? Ja, ja, genau. Ich hab ein Trinket. Was macht denn das Trinket? Oh, das heilt mich. Oh, okay. Das ist cool. Dann tun wir das auch mal dahin. Was macht Paralyse? Macht das Ziel für eine Minute handlungsunfähig. Das wäre gerade vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Okay, das klang sehr interessant. Sein Internet ist mal wieder voll für den Arsch. Er versucht sich mit uns zu unterhalten. Er ist doch aus dem Weltall oder sowas. Außerirdisch. Ah, das hätt ich also auch drücken dürfen. Okay. Hier fehlt doch einer. Ach klar. Ach so. Wieviel wird meiner Amiga-Link erfolgreich. Meinst du ja nicht, wir sollten warten, bis hier der Priester halt auch wieder agieren kann? Ja, ja, ich mach ja gar nichts. Okay. Ich bin zwar sehr erpicht auf das Buch da, weil ich das brauche für eine Quest, aber hey. Ja, obwohl, nee, das wird gar nicht, das ist nicht die Quest, die immer alle vergessen, das ist weiter hinten, ne? Ja, bei diesem Dimensional-Riss da. Genau. Wo du den Riss anklicken musst oder sowas. Nee, du musst ein Item anklicken und das machst du nach diesen komischen Animus-Geister. Ach, so war das genau. Wo ist eigentlich mein Wappenrock? Wer hat mein Wappenrock ausgezogen? Trage ich einen Wappenrock? Ich trage einen Wappenrock. Ach so. Ah, der Gegenwappenrock hat sich jetzt für so ein W.O.W. Wappenrock verändert, weil wir die Marke tragen. Okay. Aha. Also meiner nicht. Meiner schon. Oder? Optisch? Doch, deiner auch. Oder wird es zumindest bei mir so angezeigt? Ach so, tatsächlich. Ja, 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 okay. Da steht W.O.W. auf meinen Brüsten. Auf meinen auch. Meine Brüste sind halt... Wow, genau. Der ist doch so. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Na ja. Meine Brüste sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ist richtig. Ich habe meine betrachtet. Ach so. Okay. Ja, deine sind auch ganz nett. So, wo ist denn jetzt der Stinker? Könntest du einen Push-Up gebrochen, aber sonst... Ja, das könnte ich wirklich. Meinst du, das schaffen wir zu zweit? Ähm, nein. Okay, ich frage nochmal. Meinst du, das schaffen wir zu zweit? Weil es ist keiner dabei, der Schaden macht. Das ist es auch nicht, wenn wir zu dreit sind. Ja, okay. Es ist aber vom Kopf her anders dann. Ja, okay. Der Kopf sagt, da ist ein Dede. Ja, letztendlich ist es halt auch nur Kanonenfutter. Ja. Wenn es halt nicht gerade Schaden auf dich oder mich macht, dann kippt er halt um. Ist okay. Schaden, den er abgefangen hat. Genau. Gott, wenn er das hört. Genau, das ist eine effekte Zeit von Schaden ab. Ja, ja. Ja, ja. So schön. Scheint eine ernstere Sache zu sein, ne? Ja, ich merke das schon. Wenn es halt zu lange dauert, dann machen wir halt gleich eine Pause. Und dann warten wir halt, bis es wieder lebt. Wann hast du die spawnen? In einer Stunde. Weil die spawnen dann direkt in uns. Das war's, ich bin tot. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen hier tatsächlich eine technische Schwierigkeitenpause. Wir haben zwei Mobgruppen oder so erlegt in dieser Instanz bisher. Das wird super. Yay. Yay. Also dann, bis zur nächsten Folge vom WoW-Rollentausch, dann vielleicht wieder zu dreid. Okay. Tschüss. Bis denen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.